Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten steckst. Ich will gar nicht wissen, welches Problem du hast. Aber dir muss eines klar sein. Ich hab mich schon mal von Leuten verabschiedet, die ich liebe. Was war denn eigentlich mit Dad? Setz dich. Ich hab dich eine halbe Million Dollar gewinnen sehen. Das waren sogar schon zweieinhalb Millionen Dollar. Das hast du gebunkert? Gar nicht. Wenn man zweieinhalb Millionen Dollar gewinnt, weiß jedes Arschloch auf dieser Welt, was das heißt. Das verschafft dir für den Rest deines Lebens den Status Fuck You. Niemand will, dass du irgendwas machst. Fuck You. Dein Chef nervt dich. Fuck You. Das Leben eines klugen Mannes beruht auf Fuck You. Wenn ich dir dieses Geld gebe und du es mir nicht zurückzahlst, ist alles erlaubt. Wenn du gewinnst, steigst du aus. Was willst du zu mir sagen können? Ich hab ein Auto und ein Haus und es ist alles bezahlt. Fuck You.